willkommen in kasachstan willkommen in almati und wir sind das kann man nicht anders sagen wir sind begeistert von dem was wir heute wir sind zum ersten mal hier gesehen haben die anlage die hier entstanden ist unglaublich über der stadt eineinhalb millionen einwohner offiziell unter der hand sind knapp zwei millionen mit allen die da noch irgendwo angemeldet oder unangemeldet dabei sind schöne stadt spannende stadt vor allem und eine sehr moderne stadt auch man sieht es im hintergrund moderne einkaufszentren finanzplätze sind entstanden große hotels entstehen hier noch auf der linken seite und diese schanzenanlage ist was ganz besonderes geworden und was auch ganz besonders ist das interesse denn hier beginnt in über zwei stunden das training und heute ist nur training und da sitzen jetzt schon ein paar hundert interessierte rum und wollen sich das anschauen das ist klasse und wir freuen uns drüber und wir sind gespannt was die athleten hier machen heute und jetzt gehen wir noch mal runter und schauen uns das von unten an wir melden uns noch mal mit ein paar schönen schanzenbildern heute abend gibt es eine große eröffnungsfeier hier da werden wir sicherlich auch ein paar bilder einfangen wir melden uns wie gesagt später noch mal